hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge ttt mit dabei sind der ollie der simon und der kevin und wir spielen mciceland 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 es ist haus im haus wenn man da hoch geht irgendwie hat die mich nicht getötet ich war's diesmal nicht ich steh draus simon ist ja aus dem richtigen ja philip ist tot wer lebt denn noch und schießt doch ich bin nicht getötet was wo ist er denn gestorben weint ich nicht wie unten am wasser bei ich sehne irgendwo hätte ich glaube doppelt der schwimmt im wasser im wasser schwimmt der im wasser warte ich fand ich nicht komp ihr seht ihr die einzige noch leben ich lebe auch okay ich fand ich nicht die einzige seien die leben fand ich im wasser nicht komp Simon 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 Ali ich schaue mir nur an was du da machst da oben ich habe mich wieder runter ich habe das gefühl dass der server gerade ein bisschen blicken ist ich bin gerade zurück gesetzt worden also bei mir leichte nicht was das liegt an oder passt da hinten liegt eine leiche bei den bäumen wirst du mich verarschen ich muss sogar gucken neben der leiche im wasser neben der leiche im wasser auf dem land zwischen den bäumen warte ich gehe hin und guck hast du den mit der sniper weggemacht ich hatte von die shotgun die nette willst du doch hören ich truste den ist ja ich mache es nicht also ich gehe weg ich gehe weg ok 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 und die leiche im wasser ist wer ich guck mal nach ob ich den confirm kann weil ich glaube den konnte es nicht das ist philipp philipp ist inno ok ich glaube kevin und simon was das würde überhaupt keinen sinn ergeben nicht kein ali ist es aber glaube ich nicht wir waren aber beide nicht mal ansatzweise in der nähe von denen die gestorben sind ich glaube sascha vielleicht sascha und kevin ja ich habe mich noch keine in dieser umgekehrt eigentlich gehört ja das heißt dann aber auch nicht vielleicht wird kein leben da mehr kein leben da hat sich gesehen sascha ich glaube kein leben da hat sich gesehen sascha der fähre zu mir kommt stirbt weil der wo zu mir kommt hat tausend prozent oder war da der wo zu mir kommt wenn wir mich auf jeden fall töten das heißt er stirbt ob wir es ne lebt ihr noch alle hallo ja glaube ich habe mich gerade hey kevin kevin ist es ich bin doch irgendwann reingehoben ja aber du bist da da also du hast dir reingeguckt welche drin sind man kevin ist es man hört ja auch schwimmen weißt du oder ja ich glaube trotzdem dass es so wird irgendwer ist gestorben sascha oder kevin ich hab's ich hab's gehört ich habe keine ahnung sascha oder kevin ok egal wer von meines k.o.s außerdem warte es liegt nur noch drei dann und es war kein traiter das heißt ihr werdet beide traiter was ich habe einen ich habe einen gefunden sascha war inno wo ist bei dir er ist runtergefallen er ist runtergefallen mann also jetzt gerade will man mich verarschen alter so jetzt ich hab falsch haben bekommen ok da kennen wir mal später bei ok wo lag der packt schmeißt ihn mal weg oder so ich glaube ich ich glaube ich ne doch nicht like what the fuck ah hä was kommst du denn mit einer leeren AWP hoch ist ja mega behindert ich hab' keiner scheiße angekriegt ich komm hm 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 Ali Ali ja ich lebe noch nice nimmer wirst du dumm oder so es lebt nur noch Simon und du wer wir zwei sein ja ändert nichts daran ich hab nicht gewusst wo er ist ich stand direkt neben dir ja ich hab dich nicht gesehen ja alles gut von der first person ist das denk ich auch mal auch schwierig ja schönen header gegeben alter ich hab nicht mal gesehen ich hab nur Wasser Steps ja aber hast du keinen Radar gehabt oder was ich hab einen Radar gehabt ja also ja aber das ist doch kein grund das kann ja auch einer zu vielleicht ja komm in der Situation nicht alter ja komm ne hier nicht ihr seid zu dumm dafür das war halt schon ziemlich random würde ich sagen ja sehr random kurz auf mich nicht schießen bitte ich muss das machen ok wo ist Oli wir töten alle Oli wir machen das jetzt einfach wie im Krieg wir stellen uns alle hin und schießen alle auf ihn ja aber Kevin ist bei mir schon wieder er verfolgt mich Kevin schießt wo ist der denn Philipp für Erschüsse Philipp lebst du noch ja ich wie ne was denn jetzt lebst du noch oder lebst du nicht mehr also ich krieg die Krise alter ja der Mensch ist die ganze bis ich jetzt mal der gibt mir hier zehn Waffen aber nicht die die ich haben will ich hab meine Reifel endlich ja nein ich hab die MP5 jetzt hab ich die Reifel Simon welche willst du denn vielleicht kann ich dir aushelfen das ist da ok ich wollte eine Walter haben die hab ich jetzt auch da ist Ali das Ding Kevin ich werde das ist Kevin wie wird das du bist dann killt euch doch ich bin ne ich bin die Punkte die wir halten deine Punkte diese einen Punkt die der einen süßen Punkt den du hast die ich hab ich ich geb dir nur zwei Punkte obwohl ich Kevin geschaut hab der da ist nur ein Punkt da Wo ich auf einen Punkt war ach 62 Euro ok Kevin kommt her den einen Punkt der ist mega ne ist da unten sie die ganze Zeit umeinander nee was da unten abgeht ist mir egal Wichtig ist das hier Ich wäre beinah runtergefallen, Alter Kevin ist oben, ihr wollt's warten Kevin ist selbst oben Ali, Ali, Ali Die viele fucking Schüsse, Alter, ist in den Ort Ich glaube, es ist selbst Kevin, Alter Warte, 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 Philipp Wir passen nicht, Poopy, Batman Und jetzt bist du tot Ich glaube, Philipp ist es Ich glaube, Philipp und Kevin sind es Ihr habt noch unbezahlte Rechte, obwohl Ihr könnt führen, aber nicht getötet Ich hab ihn getötet, du Arsch Ich hab ihn, ich hab ihn troffen Ja, fick dich, Kevin, Alter Fick dich, Bastard Wer ist da nicht geworden, grad? Der ist doch heute gefallen Mac 10, das Red Pan Rapper sind nicht, Poopy, Batman Barbie Catwoman Ihr habt doch unbezahlte Rechnungen Au, ihr kommen und nicht mehr, okay Deswegen geht die Waffe nicht Also, estaban, was liegt denn das überhaupt noch? around Es ist nur noch Kevin Ich habe ihn noch Oliver Sascha Oliver Traitor Alright Ich habe ihn für eine die nicht Não, ich bin Nein ragazum guitarsum Oli, wie viel verfolgst du mich? Danke. Oli, lebt doch gar nicht. Oli, lebt noch. Natürlich lebt ihr noch. Echt? Ich seh ihn doch die ganze Zeit. Ich seh ihn doch die ganze Zeit aufm Retter. Also. Also Kevin ist es auf jeden Fall. Ich hab... Okay. Du auf mich schießt du Bastard. Natürlich. Du hast ja gesagt mir mal, du dualierst die. What the fuck? Achst du deswegen? Ja gut, okay. Natürlich. Ich dachte, du bist ein Traitor. Ja, du bist safe Traitor trotzdem. Aha. Du wärst jetzt schon längst tot, weil ich Position gewechselt habe durch die Füße. Ja, ja, was für Tote. Ich hab dir über den Hit gegeben. Du bist fast tot. Steh dich vom Boden aus. Ich bin am Boden, nicht mehr oben. Du bist ein Bad Man. Nur mal so. Ja, wo ist er denn jetzt? Ja, jetzt bin ich genau bei deinem Haus. Ja, genau bei deinem Haus. Ja, genau bei deinem Haus. Ja, wie Catwoman. Wir haben eine unbeteilte Rechnungen. Wo bin ich hier? Wer ist oben am Turm? Ist ein Toter. Ne. Doch, einer schwimmt so ein Toter. Der war auf dem Wasser voll, lol. Einer ist im Turm oben. Ist im Haus oben. Ah, das ist der Azu. Er schießt, Azu ist. Ich bin der Treter. Aua. Au. Also Kevin, da hast du gerade nicht gut geschossen. Ne, die Waffe ist kacke. Alter, sieh mal, wie frisst du denn? Du hast drei Schüsse mit der Sword of gefressen. Mit der Sword of? Ja, mit der Sword of. Drei fucking Schüsse, ey. Mit der Waffe ist kacke, ey. Vor allem so geil, Kevin kühlt mich. Philipp so. Kevin ist jetzt hundertprozentig. Egal, ich hab nicht gesehen, dass du geschorben bist, deswegen. Er bist so geconfirmed. Ja. Neut. Ja, schau doch mal, jetzt kann das anders, ne? Bin innocent, Alter. Tja, Zuschauer, das ist sad. Zu dem Spiel sind wir zu fett. Alter, die laufen da gerade so voll zu zweit rum, Alter. Richtig weich zu zweit rum. Hinter mir waren Automatikschüsse. Bei mir ist einer. Philipp, fang bei Garazze. Sorry, aber, Alter, so. Alle bei mir. Alter, was rennst du mir denn so krass hinterher? WTF? Ich guck mich hier, ein wilder. Ähm. Hast du denn keine Sniper auf der Map? Das kann doch nicht wahr sein. Hast du denn jetzt saubt, Knollt? Ja. Hast du denn jetzt saubt, Knollt? Hast du denn jetzt saubt, Knollt? Ich schieße mir echt leid, bitte. Aber wenn du schiehst, schieße ich auch. Ich schieße aber nicht. Ich will nur gucken, was du da machst. Weil du kannst jemand nur noch filteren, weil du Traitor wirst. Ja, ich bin da runtergegangen und erst hinter mir hergerannt. Und ich dachte halt, ich wollte nicht mehr. Ja, ich weiß, ich habe gedacht, ihr seid in einem Team zusammen. Siehst du mich überhaupt? Ich sehe nur deine Beine. Okay, gut. Simon. Auf zum Simon, Ali, ist alle bei dir. Alter, Ali. Ich sag dir die ganze Zeit noch, Simon. Hätte man mich hier genau auf deinen Kopf. Er legte keine Sniper, es kann doch nicht wahr sein. Ich bin schon an zwei vorbeigelaufen, aber okay. Ich war eine Rifle, nicht schon eine Billigscheiße. Ja, ich bin auch schon an einer Rifle vorbeigelaufen. Ey, wo? Ali, wo? Zeig mir die. Ich hab mir die nochmal gesetzt. Ah, ja, ich weiß wieder, wo sie war. Komm mit. Die man zieht bei mir. Oh, fuck. Ich bin jetzt hart sei frei. Hier liegt eine Rifle. Eine Rifle? Wally, ne? Ich hab Rifle gesagt, du Spasti. Ja, wo denn Ali? Wo denn Ali? Ali, wo denn? Er wird entzielt auf mich. Kevin! Kevin ist! Scheinlicher Rifle jetzt mit meiner Hand. Kevin ist es! Kevin ist es! Wo, wo? Der da oben war der, oder? Und ich glaub, es ist Ali, weil Ali geschossen hat. Nein! Alter, ich hab nicht mal gewusst, wo er ist. Ich wollte grad die Rifle bringen, du Spasti. Hier. Ich hab den Rifle hingeworfen. Ich bin improved. Gott. Ich glaub, Simon ist es, weil er ist wie ein Bastard. Yo, jetzt bin's ich auf einmal. Nice. Du siehst immer so. Da will man einmal im Netz sein, und Philipp ne Rifle bringen. Ich glaub, er ist eh nur, weil er nicht auf ihn geschossen hat. Woher soll ich denn wissen, wo er ist? Philipp, du bist so ein dreckiger Bastard. Du wolltest mir, du wolltest mir nen Handy geben, Alter. Ich hab's genau gesehen. Nein, ich wollte tatsächlich eigentlich einfach grad, wo du hinläufst. Ja, laber dich. Du bist so ein dreckiger Bastard. Simon, Simon, es haben nur noch wir drei gelebt, und ich bin hingelaufen und hab ihm meine Rifle gegeben. Nee, Sascha hat auch noch nie gelebt. Ich hab auch nicht gelebt. Ja, dreckiger Random Killer, Alter. Alter, ich kenn deine Tricks. Wenn er stehen bleibt, schießt du los, und ich bin stehen geblieben. Und du warst schon voll im Ziel, Alter. Also, ich bin, ich bin, warum nicht ich oder du? Scheiß, Möller, Leute. Scheiß, Möller, die fliegt halt einfach nicht, weil ich weiß. Ja, mein Kammer ist ja richtig am Arsch. Auf jeden Fall. Bist du denn? Ja, Ali ist ja kaum mehr so am Arsch. Mein Kammer! Nee, mein Kammer. Oh, das ist Sascha, okay. Mein Kammer ist gut. Ali, wirst du diesen Appet gefunden überhaupt? Guck mal. Im Haus. Hier. Ich geh schon wieder eins schwimmen. Das war ich grad. Ich geh mal wieder eins schwimmen. Alles, ja. Ich hab grad gesagt, ich hör mal wieder eins schwimmen. Ich hör mal wieder eins schwimmen. Philipp, hast du schon eine Weifel? Ich hab... Ah! Füße! Sieh mal erst! Der ist voll vor mir stehen geblieben. Ah! Philipp war Traitor. Ich bin nicht stehen geblieben! Ich bin, ich bin proven. Ich hab Philipp gekillt. Ich bin proven. Wie es dem aber nicht einstecken kann, das... Mac Taten ist tot. Öpper sind nicht gut. Du scheiß Random Killer, Simon, ey. Kevin hat ne Granate auf uns geworfen, Ali. Habt ihr das? Ich hab keine Granate... Ah! Ich hab eine gehört, aber nicht gesehen. Joa! Ich hab gesehen, wie es dem aber lügt. Komm, wir machen Sandwich mit Kevin. Schau, hier ist nämlich jetzt... Hier ist die... Die Insel gelandet. Ja, ich hab die Granate schon gehört. Aber in der Insel tut ja nicht so sehr weh. Naja, wenn du drin bleibst schon. Ja, wir bleiben bitte auch in der Insel drin. Kevin wirft schon wieder irgendeinen Schmarrn. Stimmt, ne? Wo ist er denn überhaupt? Das sag ich doch. Da wo du dich versteckt hast... Kevin hat... Auf mich wird geschossen. Auf mich wird geschossen. Kevin war's nicht und ich auch nicht. Ach, schaut, sie konnte... Also auf mich und auf dich bin ich... Sascha! 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 Was ist denn ich? Ich bin innocent! Kevin is it! Du wirst du! Ne, Kevin kann's nicht gewissen sein. Aber den hab ich nämlich so angeguckt. Fick dich, Kevin. Oli is it. Okay, Oli. Ich schieß jetzt nicht auf dich, okay? Ne, ich auch nicht auf dich. Das war grad, der ist logisch zu sehen. Nach meiner Meinung nach. Tut mir echt leid, Kevin. Ich bin... Ich hab Sascha getötet. Ja, ne, das ist mir klar. Aber wer hat jetzt auf dich geschossen? Ja, Oli dann. Ja, wo ist der? Weiß ich nicht. Lebt er überhaupt noch? Ali, lauf mal du bitte vor mir. Ehrlich gesagt, muss ich auch gar nicht wissen, wo er ist. Ich mach jetzt einfach den hier, ist geschossen worden. Ja. Du weißt du, dass ich das nicht bin. Ja. Ja. So. Das ist ja mega hier der Camper-Room, ey. Simon, lebt sie noch? Ich glaub ich glaub ich kann wissen wo er ist. Ja, ja, ich lebe. Ich hab ihn, er ist oben. Er ist ganz oben drauf. Hab ihn. Alter, ohne Scheiß. Sascha. Scheiße. Scheiße. Alter, ohne Scheiß. Scheiße. Ich hab jetzt Minus 13 Punkte bekommen in dieser Runde. Ich hab zum Glück keinen... Echt? Ja, doch am Anfang. Ja, glückliche... Minus 13 fucking Punkte. Bis jetzt sieht's ganz gut aus für mich so. Ich bin schon wieder unter Wasser gespawnt. Red Raider. Redarmis. Nein. Na komm, lass mich hier raus du... Kackspiel. Die mag ich nicht. Boah, jetzt find ich da keine Rifle, Alter. Ich find auch keine vernünftige Waffe, gerade. Ist das die selbe Waffe? Ich glaub schon. Ich glaub schon. Okay. Das ist Oli. Der ist bei mir. Der ist bei mir. Der ist bei mir. Der ist bei mir. Ich hab gar nicht geschossen worden. Nee, ich hab geschossen. Eben. Ich hab grad den Philipp gezogen. Wer ist das, wer ist das? Ja, was machst du grad bei mir? Alter! Ah! Kevin! Was? Philipp! Philipp! Ich suche immer noch eine Waffe. Der hat auf mich mit Granaten geworfen. Confirm ihn. Ja, ich kann nicht hin. Er liegt in der Insel. So, jetzt kann ich hin. Der hat hier die ganze Zeit... Wo ist er denn? Nee, jetzt ist es. Ah nee, warte, er hängt an der Decke. Der hat die ganze Zeit mit Insel auf mich geworfen. Wirklich. Ohne Scherz jetzt. Ja, das kann nur sein, aber das ist... Ja, ist so. Ja, ist so. Ja, ich tross die, tross der nicht ganz. Du müsst die auch nicht. Ah, das ist jemand, das ist... Ja, auf jeden Fall. Wer lebt jetzt überhaupt noch? Ich? Ich hab keine Ahnung. Ich lebe auch noch. Ich lebe auch noch. Ja, Oli. Ne, ich auch. Oli ist... Ne, ich auch. Oli ist... Und zwar, Kevin lebt auch nur nicht mehr, weil er auf mich mit Insel geworfen hat und sich dadurch schadet. Also, da oben ist wer? Das ist Filipp. Ohne zielt schon wieder ganz böse auf mich. Ja, ich beobachte dich. Big Brother is watching you. Mhm. Will give us. Da 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 da. Da oben schon wieder. Wer oben ist, dem vertraue ich dich. Ich glaub, der ist Traitor, aber der Zielspiel ist ja ganz komisch. Wenn du meinst. Ja, der Zielspiel ist, der Zielspiel ist ja so wie Simon. Jeder zielt komisch. Ja, der Zielspiel ist ja so wie Simon. Ja, das bin ja auch ich, aber ich bin nicht Traitor. Ja, hab ich doch gesagt. Ich ziel wie Simon, Alter. Wo sind Oli und Sascha? Oli, Sascha? Ich bin doch da, ja. Oli? Ja, Simon ist es, wenn ich ziel bin. Oli? Oli? Simon, Simon, geh zu mir! Ja? Weil du dann hier zu mir gekommen bist. Weil ich, ich hab keine Sniper. Deswegen lass ich mich jetzt nicht aus den Augen. Ich bin dafür die Sniper da. Ja, dann nimm dir die. Das ist meine Sniper gewesen. Fick dich. Ich tobe jetzt niemals. Also er ist, er ist runtergefallen. Er lebt sogar noch. Er lebt noch. Ich hab's überlebt. Wie er erst gesagt hat, er hat's überlebt, als ich wieder, als ich gesagt hab, dass er überlebt hat. Ich hab irgendwie so das Gefühl, dass du mich von hinten abzunehmen wolltest. Wieso komm ich da nicht hoch? Oli ist es. Oli ist es. Oli war's wirklich nicht. Das war bei mir. Oli war's nicht, er war bei mir. Oli war's wirklich nicht. Wieso, warum ist der dann tot, hir? Oli nicht. Ja, Sascha. Du warst bei mir, Philipp! Sascha und Oli sind es. Fick zeich. So ich weggehen? Soll ich weggehen? Soll ich weggehen, oder nicht? Ja, lass uns weg. Dann lass mich da hintergehen, weil ich dahinter war. Oli und Sascha sind. Nein, sind wir nicht. ich kann jetzt gern das kommt werden da kannst du wissen ob das wert ist oder nicht ja macht es ein gewisses später er ist tot oder nicht ja dann kommt doch ich wollte mich doch abgestimmt töten als hinterher gelaufen ist oder da habe ich das sache gesehen soll ich bin wieder leise also liebt jetzt niemand nur noch mit dem der erste sein hast du jetzt was verraten ja simon danke philip mag das nicht so wenn ich traiter bin habe ich das gefühl wow ja mann ich bin ja schon zufrieden dass ich mal getroffen du hast mich getroffen ja glaubst du hast mir das simon einfach ausschießt nur meine granaten wir vor du hast mich du hast mich nicht getroffen ich habe ich habe ich habe lasst die illusion wirken ach so ok ich habe 26 schaden habe ich gekriegt durch die das die illusionen aber kevin ich hätte dich verwirklich nicht ich glaube ich habe mich getötet wenn ich von der tanda weg alter wir sind in der aufnahme ja mir ist das egal keiner kennt tania und robbie ist eh keiner kennt du für mich ist das nächste runde wir reden später drüber philip ja lass uns danach darauf kommen na mit drüber reden ja sie will mitreden ja sie will mitreden ja sie will mitreden simon wurde zu geil angesprochen hier alles nachher drüber reden hahaha und das ist eine runde ne philip dass du ne schöne rifle ich doch hier hab ich hab auch ne schöne rifle da ist auch schon eine ja ich hab auch ne rifle alles kein stress eine rifle eine eine mega gute rifle eine rifle also warum hörst du mich? mit dem man erst noch geschmissen ich hätte ganz gern wieder die waffe die ich gerade eben hatte diese ssg oder wie die halt hey hey da wer hat es geschossen der hat auf mich geschossen oder? der hat auf mich geschossen der hat auf mich geschossen wo denn? alter irgendwer wollte mich da nicht töten gar nicht der hat auf mich geschossen wirst du ja alter ich stand neben ihm da ist ali 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 simon simon hast du ne shotgun in der hand? neben dem sniper ok ali wenn du ne shotgun nimmst knall ich dich ab gav ne tu mir den gefolgen knollen ob wie denn? das fehlt aber zu enden simon ali wenn du mich jetzt weg machst und mich dann nicht wiederbelebt ich mach dich nicht weg aber ich wechsele auf ne shotgun weil du mit sniper besser bist als ich ich bin mir ziemlich sicher ollie ist es ok guga 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 gug guga gug guga gug also ich sag mich schon mal voraus wie alle waffen aufheben ja die letzte war dann die shotgun da hat die vorne diese da lag noch die die diese mögliche waffen aber dann bleib weg von mir an ja ja bleib da drüben ja ne aber ja ich kill dich jetzt nicht ich hab ja gesagt du darfst dir aufheben ich kühl dich auch nicht aber ich fühl mich heute mit der shotgun safer waaah lebe ich lebe ja das scheinbar gewesen zu sein ich wach quasi schon unten ich hab dich auch schon fallen sehen weil ich was am wegdrehen gerade waaah 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 Schau mal ab und zu hier die wasserpfeile runter nicht dass jemand hoch kommt wie man Ali, 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 jetzt hab ich noch mal Ich darf aber auch kaum, oder? Das hört man sowieso Kevin, Kevin Kevin mit der Double Barrel, er kann nur einen killen, dann muss er nachladen Du kennst ja die Person, ne, auf die Wir reden später drüber, Fülle Aber ein Schuss von der Double Barrel One-Hitted nicht So was redet man nicht in der Aufnahme Jetzt hab ich immer noch Ali mit der Shotgun als Backup Ah, sagst du auch zu Ali Es ist Ali, wieso sagst du mal Ali, es ist fucking Oli Oh, nicht A Oh, oh Philipp liegt da unten tot Ich seh ich, also ich denke mal, dass es Philipp war, weil der eine Sniper in der Hand hat, der anscheinend Oh nein, äh, doch Gehen wir nie wieder runter? Ja, die Autosation Ali, kommt nicht so nah zu mir ran Mit der Pabka Ja, bleib auf Abstand Ich gucke nur die Double Barrel Ja, alles gut Ich geh jetzt wieder auf meine Ecke zurück Gut, dann geh ich wieder auf meine Ecke zurück Und wenn Kevin mir schon als Geschenk eine Double Barrel der lässt, muss ich das annehmen Pull ich mir später wieder Hallo Kevin Hallo, what the fuck Hier unten liegt auch ne Leiche Hier auf der Seite liegt auch eine Komm mal mit ins Wasser, komm mal mit von mir von Ey, Adi, ich komm jetzt schnell zu dir rüber Nee, du killst nicht Hier liegt eine Unter den Baum Ach, das ist Philipp Du bist hinter Schwimmweg Ich denke mal, das ist Philipp Ja, das habe ich schon mal gesehen Aber da liegt ein Sniper daneben Ich hab gedacht, der lege auf der anderen Seite Nee, nee, das ist Ich denke mal, das ist Philipp mit der Sniper Der einzige eigentlich, der da immer Sniper hat Okay Philipp Der ist ja tot Hier schwimmt jemand hoch Ich seh Kevin Oli Wo? Da liegt ein Tod da oben Hä? Wer lebt jetzt noch? Ich Sorry Simon, ich war zu langsam um dich zu retten Sascha? Ja, ich lebt noch Ich lebt noch Also einer von euch ist töten, ey Ich hab den Oli getötet Der Oli ist runtergeflogen Das hat man gesehen Das hat man gehört Ja, aber ich hab auf ihn geschossen Deswegen ist er runtergeflogen Ähhh Auf mich wird geschossen Auf mich wird geschossen Ja, mit einer Double Bevel Einfach irgendwo hin Genau Simon Ich taure um deine Leiche Ich kenne das Alium Im Atelier Oli sein Ich bin auf dem Turm oben Ich bin auf dem Turm oben Und? Ich mochte Ne, da ist keiner Da ist keiner Ach du was Also spätestens nachdem keiner auf dem Turm war Hättest du's wissen müssen Ne Ich hab grad noch seinen Kopf gesehen Ja, ich wollt grad Ich wollt grad um Simon trauen Ich hab Oli nicht mal ansatzweise gesehen Der kam einfach und hat mir hin zum Nerder gegeben Und ich hab mich leider verdrückt Und hab statt rechts Klick links Geht immer direkt auf mich Alter, lass mich doch mal ein bisschen leben hier Das gibt's doch nicht Ne, Philipp, du hast es eigentlich nicht verdient Was denn? Boah, schöne Runde Der zu leben Simon, ich wollt die eigentlich grad noch betrauern Und dann wurde ich getötet Tut mir leid Du wolltest den Betrautern, oder? Hab ich gehört Ich bin jetzt raus, ne? Ich geh jetzt League of Legends spielen Ja, mach doch noch kurz die Runde wenn ich fertig Dürfte eh jetzt die letzte sein Achso, okay Ich hab's gesehen, Ali Weiß nicht mal die letzte Ruhe Weiß nicht mal die letzte Ruhe Was ist eigentlich los, Mann? In dieser Runde Ich bin voll selten Traitor Der ist nochmal zu abwachsen Ich bin hier der Dauertraitor Ich bin hier der Dauertraitor, bitte? Alter, weißt du wie das ist? Bitte, danke Da hättest du jetzt einfach jemanden unbedarft, Alter Hab ich mich geschossen Kevin beschossen, Kevin beschossen Philipp, 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 Philipp Ich hab doch gesehen auf der linken Seite, du weißt nicht Ich hab ne Sniper, das waren drei Schüsse, du sparst Kevin ist schon wieder Kevin ist tot Kevin wurde erschossen Von wem? Von dem? Von mir nicht Ich war im Turm Fick dich, Oli, Fick dich, Oli, Alter Fick dich, Oli, Alter Fick dich, Oli, Alter Er war safe War's nicht Hä, von wo kam denn der Schuss an? Wo sind die denn, Philipp? Wo kam denn der fucking Schuss? Hey, Sascha, du Wichser Jetzt beginnt das wieder Ich töte jeden und da sind alle innocent Wo bist du, Philipp? Fick dich, Oli, Oli, Wer ist die Leiche? Wer lebt denn jetzt überhaupt noch? Ich leb noch Wer ist denn die Leiche, die da direkt drauf liegt? Welche drauf? Kevin und Sascha Kevin und äh Ach, Simon ist da oben Genau, Simon ist da safe, Alter Das ist auf der Aufnahme, ey. Das ist selbst Simon, Alter. Ich steck den Hörner. Da liegt er, ja. Wo ist der andere, Alter? Wer lebt denn überhaupt noch? Ich lebe noch. Ja, schön, wunderbar, ne? Wo bist du da, du? Ja, ganz anders. Ah. Wo ist er denn jetzt, ne? Hm. Ich weiß, wo du bist. Sehr schön für dich, ne? Oh mein Gott, war das knapp. Machst du, du. Das war knapp. Da war was, da hab ich was gehört. Ah, er haut ab, Alter. Oh, ich seh, den Bastard ist kacke, Mann. Mann, ist das einfach eine Scheiße? Was war denn mit dem Bastard los? Philipp, er war oben auf dem Turm genau hinter dir, ne? Das ist so mies. Also ich bin ja jetzt echt nicht mega schlecht mit der Sniper. Aber Philipp gibt einem so die One-Clicks ohne Ende. Ja, das war echt was, Mann. Philipp, hast heute einfach einen guten Tag. Naja, das war's mit der Folge. Haut rein bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.